Wenn man mich fragt, woher kommst du? Ich sage nicht aus Marokko. Ich sage aus dem Sport, weil ich dort meinen Rufa finde. Da ist meine Heimat. Ich bin Mohamed Nuale aus Hildesheim und bin bei MTV 48 Hildesheim als Coach und Übungsleiter und gleichzeitig ein Sportintegrationsbeauftragter seit 2013. Dort habe ich die Integrationsabteilung gegründet und dort leite ich mehrere Projekte in Kooperation mit dem Landessportbund Niedersachsen. Und mein Ziel ist, dass durch diese Projekte gerade die Menschen, die, kann man sagen, mit dem Sport nie in Berühr gekommen sind, in unseren Projekten einzugliedern, damit wir sie erst mal in der sportlichen Welt erst mal vertraut machen und natürlich, dass sie auch diesen Sport auch Beziehungen aufbauen und auch Werte und Normen genau für Kompetenzen erlernen. Der Sport gibt Mittel zur Integration. Man treibt sich mit anderen Menschen, man bildet neue Beziehungen. Sport ist für mich eine Familie und meine Heimat ist Sport.